EM Shape X – Die Revolution im Bodyforming und Muskelaufbau Präsentiert von AVENEX Schweiz Das neue und einzige nicht-invasive Verfahren zur Fettreduktion und gleichzeitigem Muskelaufbau. Fettverbrenner Intensive Kontraktionen verstärken die Freisetzung von Adrenalin. Diese Kontraktionen lösen einen Kaskadeneffekt aus, der zur maximalen Lypolyse der Fettzellen führt. Gewichtsverlust Muskelwachstum Intensive Kontraktionen stimulieren maximal die Muskulatur. Diese formt sich grundlegend und langfristig neu. Beispiel Wachstum von Myofibrillen und die Bildung neuer Proteinstränge sowie Muskelfasern, Muskelhyperplasie. Das Resultat ist eine verdichtete Muskelstruktur und ein größeres Muskelvolumen. Körperformen Zirkulation der Lymphe Das Hämoglobin in den roten Blutzellen wird durch Elektromagnetik stimuliert, was sowohl den Blutkreislauf wie auch die Lymphzirkulation anregt. Durch diesen Effekt werden tote Fettzellen schneller und natürlich abgebaut. EmShapeX EmShapeX